Ja, das ist die Frage, inwiefern die Wirtschaft schwächelt und vor allen Dingen, wo auch die Wirtschaft schwächelt. Wir haben ein europäisches Produkt und von Deutschland aus sieht es im Moment vielleicht negativer aus, als der Gesamtmarkt sich eigentlich darstellt. Herzlich willkommen aus Köln bei der Fixed Income Roadshow Powered by Funfew, bei der wir vier unterschiedliche Asset Manager dabei haben, die jeweils ihre Fixed Income Strategien in einem spannenden Marktumfeld mit im Gepäck haben. Unter anderem auch Nordea mit Anne Oberwillig. Hallo, herzlich willkommen hier in Köln. Hallo, vielen Dank. Guten Tag. Ja, das Umfeld, Zins- und Inflationsumfeld ist wahrlich spannend. Wir haben die EZB und die FED auf der einen Seite jeweils, die Inflation, die auch wieder anzieht teilweise. Wie ordnen Sie dieses aktuelle Inflationsumfeld und Zinsumfeld ein? Ja, wir haben ja nach diesen zehn Zinsanstiegen in Folge viel Volatilität auch am Zinsmarkt gesehen, gerade im letzten Quartal des vorherigen Jahres, jetzt auch Anfang des Jahres. Und man sieht so ein bisschen, dass diese Volatilität jetzt runterkommt. Es herrscht mehr Klarheit darüber, wo die Reise hingeht, vielleicht auch sogar schon, wann die Reise dort hingeht. Und das ist auf jeden Fall gut für alle Durationsprodukte und natürlich auch im High-Yield-Bereich für die Produkte, die eben von diesen Zinsen abhängen zur Befinanzierung der Unternehmen. Jetzt sind Sie eben angetreten, auch bei dieser Roadshow, um eine High-Yield-Rendite mit Investment-Grade-Risiko vorzustellen. Also das, was sich wahrscheinlich jeder Investor wünscht. Wie wollen Sie das anstellen? Ja, das stellen wir an, indem wir natürlich aktiv sind. Und indem wir aktiv sind in einem Feld, das genau zwischen diesen Bereichen liegt, also zwischen Investment-Grade und High-Yield im Cross-Credit-Bereich. Und da eben selektiv durch einen Relative-Value-Approach, also einfach durch Vergleichen der verschiedenen Anlagemöglichkeiten im Fixed-Income-Bereich, die besten Opportunitäten zu identifizieren und da auch zu investieren. Wenn wir direkt auch da bei einem Crossover auch bleiben, wie sind Sie da aktuell aufgestellt? Wie sind Sie positioniert? Also grundsätzlich haben wir im ganzen letzten Jahr schon und auch jetzt eigentlich eine Übergewichtung im Dreifach-B-Bereich, im Triple-B-Bereich, eher im Investment-Grade-Durationsteil des Marktes, sind aber auch mit dem restlichen Portfolio in den sicheren Bereichen des High-Yield-Segments investiert. Und das wird auch immer ungefähr so sein, dass die Aufteilung so ist. Und für uns gilt es halt darum, innerhalb dieser einzelnen Teilsegmente die besten Möglichkeiten auszuloten. Und ein wichtiger Investment-Aspekt ist auch unter europäischen Unternehmensanleihen für Ihr Portfolio. Jetzt ist ja die europäische Wirtschaft durchaus am Kriseln. Die Prognosen auch für Deutschland wurden wieder gesenkt. Wie gehen Sie damit um? Ist das für Sie und Ihr Portfolio ein Investment-Risiko, eben diese schwächelnde Wirtschaft? Ja, das ist die Frage, inwiefern die Wirtschaft schwächelt und vor allen Dingen, wo auch die Wirtschaft schwächelt. Wir haben ein europäisches Produkt und von Deutschland aus sieht es im Moment vielleicht negativer aus, als der Gesamtmarkt sich eigentlich darstellt. Aber der Markt ist groß genug, um immer wieder auch Möglichkeiten zu finden. Und vor allen Dingen haben wir ja dadurch, dass wir nicht von einer Benchmark beschränkt sind, die Möglichkeit, in den sicheren Bereich zu gehen und da eben so einen Fallschirm aufzubauen, falls dann doch etwas nicht so laufen sollte, wie sich die Investoren das wünschen würden. Insofern im Crossover-Bereich eine High-Yield-Rendite mit Investment-Grade-Risiko erzielen möchte Nordea und Anna Ohrwillig. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Dankeschön.